Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Waletzko und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Sendung hier auf Menschenfischen. Ihr Lieben, ich möchte, bevor das eigentliche Video losgeht, das eigentliche Video ist die Predigt eines Priesters. Das hatten wir schon mal, die Predigt eines Priesters und diese Predigt beinhaltet die Verletzungen an unserer Seele durch die Folgen des Krieges. Das heißt, jeder von uns ist mehr oder weniger ein Kind eines Kindes, eines Kindes, eines Kindes des Krieges. Das heißt, irgendjemand von unseren Vorfahren ist mit Sicherheit in irgendeinem Krieg gewesen. Der Zweite Weltkrieg hat ganz, 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 ganz viel kaputt gemacht. Und durch diesen Zweiten Weltkrieg, dadurch, dass die Männer nicht zu Hause waren, dass die Männer traumatisiert nach Hause gekommen sind, völlig fertig. Das hat Folgen gehabt auf die Beziehungen, auf die Beziehung zwischen den Ehemännern und den Ehefrauen, zwischen den Ehefrauen oder zwischen den Müttern und den Söhnen, zwischen den Müttern und den Töchtern, zwischen den Vätern und den Töchtern. Und in diesem Video geht es darum, zu erkennen, ob solche Situationen, solche Verhaltensweisen bei euch zu Hause vorhanden sind, zugegen sind oder dass solche Situationen halt da sind. Dass wir bestimmte Verhaltensmuster erkennen, ob bei uns selbst oder bei unseren Eltern oder wenn du Vater oder Mutter bist, schon erwachsene Kinder hast, dass bestimmte Dinge so oder so abgelaufen sind. Dinge in der Ehe, die vielleicht verkehrt laufen, wo die Frau die Rolle des Mannes einnimmt, der Mann sich zurücknimmt und die Kinder unsicher sind, die Kinder nicht aus dem Haus gelassen werden können. Das heißt, dass die Eltern die Kinder nicht loslassen können. All diese Dinge, das heißt, wenn die Eltern die Kinder nicht loslassen, was das für Konsequenzen hat, dass sie ihre Flügel nicht ausbreiten können, dass sie im Prinzip ihr Leben leben, dass du vielleicht ein Leben lebst, als wenn du ein Auto fahren würdest mit angezogener Handbremse. Das heißt, dass du fühlst, ey, da ist irgendetwas, was mich festhält, was mich bindet. Darum geht es in dem nachfolgenden Video oder im weiteren Video oder in der weiteren Predigt und ich bitte euch, dass ihr euch das anhört, damit Dinge geheilt werden können. In Kürze wird es Exerzitien geben, höchstwahrscheinlich wieder in Lignitz und das wird dann ohne Altersbeschränkung sein. Und da wird es eben darum gehen, um die Folgen des Krieges, Kinder von Kindern von Kindern des Krieges und die Folgen davon. Und dort wird es halt darum gehen, wie man aus dieser Situation, wie man diese Probleme los wird, dass man seine Flügel ausbreiten kann, dass man eine eigene Familie gründen kann, dass man vielleicht in einen Orden eintreten kann. Am Ende geht es darum, dass wir den Willen Gottes erfüllen und der Wille Gottes, beziehungsweise der Plan, den Gott für uns geplant hat, sich gedacht hat. Das ist der Heilsplan, der Plan, mit dem wir glücklich werden. Das heißt, für den einen hat er die Ehe vorbereitet, ihm die Berufung der Ehe ins Herz gelegt, dem anderen hat er die Berufung eines priesterlichen Lebens ins Herz gelegt, mit einem anderen oder einer anderen hat er die Berufung zur Ordensschwester gegeben, zum Mönch, wie auch immer es sein mag. Alles das, der Weg, den wir einschlagen sollen, den können wir nur dann einschlagen, wenn Bindungen, ungesunde Bindungen, die unter anderem und zwar ganz, 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 ganz krass in unserer Zeit vermehrt durch den Krieg entstanden sind, wenn diese Bindungen gelöst werden. Ich bitte euch, dran zu bleiben. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Video. Ich würde sagen, eines der wichtigsten Videos auf diesem Kanal, damit sich etwas ändert, damit wir unsere Flügel ausbreiten können, durchatmen können und unser Leben beginnen können in Freiheit, in Freiheit und in der Freude Gottes. In diesem Sinne, gelobt Jesus Christus, viel Freude beim Hören dieses Videos. Schickt es an eure Eltern weiter, an eure Mütter, an eure Väter, an eure Geschwister, eure Schwäger, eure Schwiegertöchter, eure Schwiegersöhne. Liebt eure Kinder und liebt eure Schwiegertöchter, liebt eure Schwiegersöhne. Und wenn das nicht geht, guckt euch diese Sendung an, damit ihr versteht, warum nicht und wie ihr das mit der Hilfe Gottes doch hinkriegt. In diesem Sinne, bis später, viel Spaß bei dem Video, die Predigt eines Priesters. Meine Lieben, wer ist Jesus Christus für mich? Ist er für mich der Messias? Ist er mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund? Welchen Platz hat er in meinem Leben? Vielleicht gibt es Bereiche in meinem Leben, wo er noch nicht vorgedrungen ist. Vielleicht sage ich zu ihm, Herr Jesus, überall darfst du sein, doch hier nicht. Ich komme in dieser Sache schon selbst klar. Ich weiß es besser. Er wartet, um in unser Leben einzutreten. Er wartet, um uns die Fülle des Lebens zu geben, um das, was krank ist, zu heilen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er kam, um uns auf dem Lebensweg zu helfen. Er will nicht unser Unheil, sondern unser Heil und unsere Befreiung. Er möchte uns Frieden im Herzen schenken, damit wir Kraft haben, unsere Aufgaben zu erfüllen. Um ein Leben in Fülle zu leben. Das ist ein Versprechen. Das ist die Liebe Gottes. Jesus, der für unsere Sünden stirbt, um uns zu erlösen, damit unsere Sünden vergeben werden. Eine große Gabe, ein Geschenk. Nehme ich dieses Geschenk an? Gehe ich zu ihm? An diesem heutigen Tag, an dem wir den Jahrestag der Weihe unserer Kirche feiern, kommt die Frage auf. Wo ist mein Platz in der Kirche? Wozu ruft mich Gott? Lebe ich die Fülle meiner Berufung, zu der mich Gott berufen hat? Antworte ich auf die Stimme Gottes in meinem Herzen? Höre ich wirklich auf die Stimme Gottes? In der Kirche gibt es eine Ordnung. Es gibt eine Form, das heißt eine Ordnung, wie man die Liturgie vollzieht, ein bestimmter Gehorsam gegenüber der Kirche Gottes. Und auf der ganzen Welt können wir in der Heiligen Messe teilnehmen, auch wenn in verschiedenen Sprachen. Und das ist die katholische Kirche, wo wir eins sind, wo wir eine Kirche sind, eine Familie sind. Und wenn wir über die Kirche sprechen, dann meinen wir, dass wir alle füreinander Brüder und Schwestern sind, in einem übernatürlichen Ausmaß der Menschheitsfamilie als der Kirche Gottes. Doch die ursprüngliche Zelle der Gesellschaft, wie es die Gesellschaftslehre lehrt, ist die Familie. Die Familie ist ebenso der Ort, wo der Glaube weitergegeben wird, wo der Glaube gestärkt wird, wo wir gemeinsam Richtung Himmel schreiten, indem wir uns unterstützen und helfen, uns gegenseitig lieben und uns gegenseitig vergeben. Doch ist in meiner Familie wirklich alles in Ordnung? Oder geschehen dort Dinge, die eigentlich nicht geschehen sollten? Gibt es Situationen, die ich nicht möchte? Vielleicht benehme ich mich so und nicht anders und weiß nicht, warum und wo dieses Verhalten herkommt und es geht mir schlecht damit. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich möchte doch nur das Gute und Liebe. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf, ein Kind Gottes und Gott ist die Liebe. Deshalb tragen wir alle mit uns den Funken der Liebe, die Sehnsucht nach Liebe und wir geben diese Liebe im Haus der Familie weiter. Diese Liebe wird weitergegeben, vor allem dann, wenn die Kinder das Haus verlassen und Familien gründen und der Berufung der Liebe folgen, um eine eigene Familie zu gründen. Vielleicht ruft dich Gott zu einem gottgeweihten Leben. Vielleicht spürst du im Herzen diese Sehnsucht, dich Gott ganz hinzugeben, als Priester oder als Ordensschwester. Wenn es diese Gedanken gibt, dann bedeutet es, dass es da etwas geben kann und wir dürfen diese Gedanken nicht von uns schieben. Es ist notwendig, mit einem Priester zu sprechen und man muss es prüfen. Betrachten wir jetzt verschiedene Situationen, die es mehr oder weniger in unseren Häusern und Familien gibt. Situationen, die nicht einfach sind, gar schwierige Situationen. Der Krieg hat viel Unheil angerichtet, jeder Krieg. Doch schauen wir ganz besonders auf den Zweiten Weltkrieg, wo unsere Groß- und Urgroßväter im Krieg waren und wenn sie überhaupt aus diesem Krieg lebend nach Hause gekommen sind, dann waren sie traumatisiert. Geistig schwer verletzt, weil sie Traumata erlebt haben, das, was sie sahen, dass sie auf andere Menschen schießen mussten. Sie kehrten blockiert, traumatisiert und zurückgezogen zurück. Nicht anwesend. Und jetzt standen die Frauen quasi allein da. Sie hatten keine Unterstützung von ihren Ehemännern, weil sie entweder nicht da waren oder weil er zwar da ist, aber eigentlich doch nicht anwesend ist. Die Familie und die Sorge um die Kinder, um die materielle Versorgung bleibt auf den Schultern der Frau, weil der Ehemann nicht imstande ist, um zu funktionieren, weil er das Trauma des Krieges erlebt hat. Und das überfordert die Frau. Sie hat keine Zeit für die Kinder, keine Zeit, um mit ihnen zu spielen. Alles muss irgendwie funktionieren, in der Hetze und Stress. Die Kinder wachsen in der Atmosphäre von Stress und Hass auf. Und es gibt keinen Raum für Gefühle. Keinen Raum, um diese Gefühle und Emotionen mitzuteilen. Eine Mutter, die den Krieg erlebt hat, sucht die Stütze in ihren Söhnen, weil sie in ihrem Ehemann keine Stütze hat, weil er nicht da ist oder nicht anwesend ist. Also geistig nicht anwesend ist. Sie sucht eine Stütze in ihren Söhnen. Der Sohn soll den Ehemann ersetzen, doch er kann nicht Ehemann sein, weil er ihr Sohn ist. Und sie bindet sich emotional an ihren Sohn oder an ihre Söhne, doch das kann der Sohn ihr nicht geben. Sie bindet sich emotional an ihre Söhne, und wenn der Sohn das Haus verlässt, bleibt diese geistige Nabelschnur und geistige Bindung weiterhin bestehen. Und die Mutter kann ihren Sohn nicht loslassen. Wenn dann eine Ehefrau auftaucht, so wird die Mutter eifersüchtig. Sie lächelt zwar und tut so, als sei alles in Ordnung, doch im Herzen ist Eifersucht. Lass mir meinen Sohn. Warum nimmst du ihn mir weg? Er war mein ganzes Leben meine Stütze, und manchmal gibt es direkte Angriffe auf die Schwiegertochter und die Schwiegertochter leidet. Doch der Sohn bemerkt es nicht, weil er den Mechanismus von geistigen Bindungen nicht kennt und ist nicht in der Lage, sich abzunabeln, weil es ihm nicht bewusst ist. Und für die Mutter ist es sehr schwierig, denn sie denkt, dass es so sein muss und weiß nicht, dass man die Kinder aus dem Haus lassen muss und sie segnen muss. Wir lesen in der Heiligen Schrift, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Man muss Vater und Mutter verlassen. Das bedeutet nicht, dass man sie zurücklassen soll. Das bedeutet nicht, dass man sie vergessen soll. Nein, du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn sie Hilfe brauchen, dann sollst du ihnen helfen. Aber sei dir dessen bewusst, dass du dein Leben damit beginnst, indem du in das Erwachsenenleben eintauchst. Und dieses Modell wird von Generation zu Generation kopiert. Völlig unbewusst. Denn man kann nur das weitergeben, was man selbst besitzt, was man selbst hat. Man kann nur das weitergeben, was man von zu Hause mitbekommen hat. Man hat ein bestimmtes Modell gesehen, wo der Vater zurückgezogen war, nicht anwesend. Mama, die alles in der Hand hatte. Mama, die sich um alles gekümmert hat. Das war das Modell von Familie nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach jedem Krieg. Man muss die geistige Nabelschnur durchtrennen. Es ist ein sehr schwieriger und schmerzhafter Prozess, doch dieser Prozess muss vollendet werden. Und es gibt manche Fälle, manche extremen Fälle. Und ich habe in der Seelsorge miterlebt, wo die Mutter mit dem Sohn eine solche Bindung hatte, dass, als eine Ehefrau auftauchte, die Mutter Magie angewendet hatte, um ihrer Schwiegertochter zu schaden. Und die Schwiegertochter litt. Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Kälteschübe, Bluthochdruck 220 zu 160. Alle ärztlichen Untersuchungen ergaben, dass sie gesund ist. Man holte sie mit Blaulicht ab, brachte sie in die Notaufnahme, sie kam ins Krankenhaus, der Blutdruck normalisierte sich wieder, die Kopfschmerzen verschwanden, und alle Symptome waren weg. Das passierte ein paar Mal, und man erklärte sie für psychisch krank. Worte haben eine Wirkung. Verfluchungen und Zaubereien wirken. Jedes schlechte Wort, jeder schlechte Gedanke hat einen Einfluss, sogar wenn die andere Person es nicht hört. Deswegen dürfen wir nicht schlecht reden. Das bedeutet nicht, dass man schweigen muss, sondern dass man unter vier Augen reden muss, wenn so etwas geschieht. Und man muss wissen, dass man seine Kinder lieben soll, die Schwiegertochter und den Schwiegersohn lieben muss. Doch das ist schwierig, denn im Herzen gibt es eine Wunde. Ich kann meinen Sohn, meine Tochter nicht ausziehen lassen. Ich kann sie nicht gehen lassen, ich kann sie nicht loslassen. Das wird durch eine bestimmte Ohnmacht hervorgerufen. Die Eltern meinen es eigentlich gut für ihre Kinder. Sie wollen das Glück der Kinder und geben den Kindern das Beste, was sie haben. Doch sie wissen nicht, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Häufig wird eine bestimmte Überfürsorglichkeit weitergegeben. Eine übertriebene Sorgsamkeit. Die Söhne werden so kontrolliert und sind nicht frei. Nach dem Motto, ich mach das schon für dich. Du sollst es so oder so machen. Mach es lieber so. Dann heiratet der Sohn und die Mutter mischt sich ständig in die Familie des Sohnes ein. Sagt ihm, du sollst es so oder so machen. Die Schwiegertochter leidet darunter. Der Sohn leidet darunter, weil er nicht Nein sagen kann. Weil er es nie konnte. Und die Mutter kennt ihren Sohn, kennt ihre Tochter und sie weiß ganz genau, wie du tickst. Und selbst, wenn sie dir ein schlechtes Gewissen machen muss, um ihren Willen zu bekommen. Und du bist nicht imstande, dich dem entgegenzustellen, weil es eine geistige Nabelschnur gibt, über die du verbunden bist. Und die Kinder flüchten von zu Hause, wandern aus in ein anderes Land. Doch diese unsichtbare geistige Nabelschnur umschlingt ihren Hals und bindet sie. Sie können ihre Flügel zum Flug nicht ausbreiten, um den Willen Gottes zu erfüllen, um in Gänze zu lieben, weil sie über die geistige Nabelschnur an die Mutter gebunden sind. Man muss sich bestimmter Mechanismen, die in uns sind, bewusst werden. Mehr oder weniger, jeder von uns, mit wenigen Ausnahmen, ist ein Kind, eines Kindes, eines Kindes, des Krieges. Ein bestimmtes Verhaltensmodell wird kopiert. Der Vater, der den Krieg überlebt hat, traumatisiert zurückkam. Er war nicht imstande, seine Frau zu unterstützen und ihr Liebe zu erweisen, ihr Freude zu bereiten, sie zu stärken. Er war nicht imstande, weil er einen Albtraum erlebt hat. Er war nicht imstande, seine Tochter in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich liebe dich, du bist wunderschön, du bist wertvoll, es ist so viel Gutes in dir, du wirst gut zurechtkommen im Leben. Haben wir diese Worte zu Hause gehört? Die Frauen und Mädchen, die diese Worte nie gehört haben, wissen, welche Folgen es hat. Sie sind unsicher, sie können sich selbst nicht lieben, es fehlt ihnen an Bestätigung von außen, dass sie geliebt sind. Und diese Mädels suchen Jungs und verlieben sich öfter und klammern sich an sie, ohne zu wissen, dass sie mehr einen Vater als einen Freund suchen. Und der Freund kann nicht ihr Vater sein, weil er ihr Ehemann sein will. Und alles das ist belastet. Man muss darüber Bescheid wissen, um diese Fehler nicht zu begehen, um bestimmte Dinge zu sortieren und bestimmte Verletzungen Gottes heilender Macht zu übergeben. Vielleicht bedarf es auch einer guten Therapie, um ein glückliches Familienleben zu führen, im Einklang mit dem Willen Gottes. Meine Mutter versteht sich mit meinem Schwager besser als mit meiner Schwester. Sie wohnen zusammen und wenn man zusammen wohnt, so ist es eher eine Seltenheit, dass es Frieden und Ruhe gibt. Denn die elterliche Intervention in das Leben der Kinder ist quasi nahezu sicher. Der Mann muss Vater und Mutter verlassen. Meine Lieben, eines Tages komme ich zum Mittagessen. Mein Schwager fragt meine Mutter, Mama, hast du den neuesten Schwiegermutterwitz gehört? Sie sagt, nein, erzähl mal. Meine Schwester schaute etwas verdutzt und fragte sich, was da so vor sich geht. Und so erzählte mein Schwager meiner Mutter, also seiner Schwiegermutter, einen guten Schwiegermutterwitz. Man kann sich vorstellen, wie so ein Witz ausgeht. Die Schwiegermutter ist immer die Böse. Meine Mutter lacht, mein Schwager lacht, meine Schwester lacht, ich lache. Wenn es eine gesunde Beziehung gibt, dann kann man sich solche Witze erzählen. Doch wenn die Situation angespannt ist, oh, oh, Schwiegersohn, versuch es bloß nicht, solche Witze der Schwiegermutter zu erzählen. Wir wissen, wie das endet. Der Vater, welcher seiner Tochter keine Gefühle gezeigt hat, weil er nicht konnte, weil er zu Hause so ein Beispiel bekommen hat. Es war einfach so. Er selbst hatte keinen starken Vater, welcher um die Familie kämpfte. So ein Vater leidet sehr darunter. Die Tochter leidet sehr darunter. Ein bestimmter Perfektionismus, von dem häufig Frauen befallen sind, kommt daher, dass es keinen Vater gab. Denn so ein Mädel möchte sich die Liebe der Eltern verdienen. Die Liebe der Mutter, doch vor allem die Liebe des Vaters. Sie tut alles, um die Worte zu hören, du hast es gut gemacht. Sie versucht, die Beste in der Schule zu sein. Warum? Weil sie zu Hause Lob hören will. Du hast es gut gemacht. Oder du hast es gut gemacht. Worte und der Ton, wie sie ausgesprochen werden, haben einen enormen Einfluss. Und man muss dieses Thema aufgreifen, auf die Knie fallen und Jesus um Hilfe bitten. Jesus, hilf uns, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, welcher mehr oder weniger in meiner Familie ist. Vielleicht ist es auch nicht der Fall. Doch wir müssen uns gegenseitig entschuldigen. Die Eltern bei den Kindern. Verzeih mir, dass ich in dein Leben eingegriffen habe. Meine liebe Schwiegertochter, meine liebe Tochter, verzeih mir. Ich weiß, dass das schwierig ist und ohne die Hilfe Gottes ist es unmöglich. Und dieses Verhalten bei Müttern entspringt aus einer Wunde, aus dem Hunger nach dem Ehemann, welcher das angenommen hat, was man ihm von zu Hause aus gegeben hat, weil er das nicht gelernt hat. Man muss vielleicht noch heute Abend vor dem Bild der Mutter Gottes auf die Knie fallen, eine Kerze anzünden, die ganze Familie oder als Eheleute und Jesus um Hilfe bitten. Du, Herr, siehst die Streitereien und Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, das Übertreten von Grenzen, vor allem, wenn es um erwachsene Kinder geht. Häufig kriegen diese Kinder zu hören, du sollst das und das und das machen und du sollst es so und so tun. Ein guter Freund von mir heiratete eine Frau, die ich schon vor deren Ehe kannte. sie hatte einen Vater, der ihr Leben geplant hat. Er plante ihr Leben. Sie sollte einen bestimmten Studiengang einschlagen und sie tat es, weil sie nicht imstande war, sich dem entgegenzustellen. Der Vater hatte einen Plan für ihr Leben und wollte sie nicht aus dem Haus lassen. Er war mit ihr so verbunden, dass sie alles tun musste, was er gesagt hat. Sie wurde komplett deformiert, ja nahezu entmündigt. Als dann mein Freund in ihrem Elternhaus auftauchte, war er der erste Feind des Vaters. Es kam zum Streit und bei der Eheschließung in der Kirche, auf der ich ebenso zu Gast war, kam der Vater in die Kirche gerannt und schrie, ich verbiete dir diesen Menschen zu heiraten. Er schrie und vier starke Männer mussten ihn herausführen. Meine Lieben, die Wunde, die ihr durch diese Begebenheit von ihrem Vater zugefügt wurde, führte dazu, dass diese Ehe zerbrach. Sie hat dieses Thema zuvor nicht sortiert, geordnet und aufgeräumt und ihr Mann hat die Wunden, welche ihr zuvor zugefügt worden sind, nicht bemerkt. Die Wunden der Grenzüberschreitung und das Verwehren der Freiheit. Deshalb muss man das Kind im Alter plus minus 18 Jahre geistig in die Freiheit lassen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn du außerhalb deines Elternhauses lebst und deine Eltern deine Hilfe brauchen, so sollst du ihnen helfen. Doch es darf nicht sein, dass die Mutter vom Sohn erwartet, dass er täglich anruft, weil er in einer anderen Stadt lebt, weil der Hunger nach einem Vater bei ihr hochkommt, weil der Hunger nach einem Ehemann, welcher nicht anwesend ist, bei ihr hochkommt. Und alle diese Emotionen hat sie auf ihren Sohn übertragen und ist nicht im Stande, sich von ihrem Sohn abzunabeln. Die Folge davon ist, dass du Grenzen überschreitest und der Sohn leidet und das Elternhaus fluchtartig verlässt. Du sollst Vater und Mutter ehren, das bedeutet aber nicht, tue alles, was Mama dir sagt. Wenn sie deine Hilfe braucht, so hilf ihr. Meine Lieben, es ist wichtig, diesen Prozess in die Hand zu nehmen und es ist vor allem für ältere Personen schwierig, das anzunehmen, doch es bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist. Mir ist es bewusst, dass in so manchem von euch sich ein Gewitter zusammenraust, weil eine Wunde angefasst wurde. Meine Lieben, es ist nie zu spät und nur mit Gottes Hilfe ist man im Stande, diesen Schritt zu tun. Denn es geht um den Gehorsam Gott gegenüber. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, um auf den Plan Gottes antworten und reagieren zu können, um seinen Plan annehmen und erfüllen zu können. Man muss dazu frei sein. Man muss jegliche geistigen Bindungen, die nicht von Gott sind, trennen. Bindungen, welche auf mir lasten und mich binden, welche hervorrufen, dass ich gebunden bin und die Streit und Probleme in der Familie zur Folge haben. Wenn wir uns zu unseren Familien ansehen, die Familien unserer Kinder, wie viel Frieden und wie viel Streit gibt es dort, wie viele unnötige Worte hinterm Rücken. All dem muss man wieder sagen. Wenn es eine Verwünschung gegenüber dem Schwiegersohn oder der Schwiegertochter gab, so muss man dies beichten und sagen, im Namen Jesu nehme ich jegliche bösen Worte und Verwünschungen zurück und wieder sage dem. Denn es kann Einfluss haben und es hat Einfluss. Denken wir daran, dass wir nicht allein sind, denn allein überwinden wir diese Hürde nicht. Allein überwinden wir diese Hürde nicht. Häufig kommen Frauen zu mir, die sich um ihre Mütter kümmern, obwohl die Mutter noch sehr gut allein zurechtkommt und diese Töchter haben so eine Bindung an die Mutter, dass die Mütter sagen, du musst die ganze Zeit bei mir sein, du musst hier bleiben, du darfst mich nicht allein lassen, du darfst nicht aus dem Haus gehen, du sollst Vater und Mutter ehren, ja, man muss auf die Eltern hören, bis zum Erreichen des Erwachsenenalters, und diese Töchter sind dann überlastet, brennen aus und haben häufig einen Burnout, weil es nicht auszuhalten ist, man muss sich auch um sich selbst sorgen, eine externe Hilfe suchen, so dass sich jemand auch an sich denken, um den Willen Gottes zu erfüllen und sich zurückziehen und in diesem Vorhaben durchhalten, damit Gott in meinem Leben wirken kann, damit ich frei und offen für den Willen Gottes bin, das ist der Ruf und das ist der Weg. Ich möchte ein Beispiel geben. Die Mutter sagt, ich sage meinem Sohn, dass er in die Kirche gehen soll und beichten soll. Der Sohn noch zu Hause 50 Jahre alt und ich sage ihm die ganze Zeit, dass er das machen soll, doch er tut es nicht. Das, meine Lieben, darf man nicht. Vielleicht hört ihr sowas zum ersten Mal. Das, was man seinen Kindern bis zum Erwachsenenalter gegeben hat, hat man ihnen gegeben. Sobald das Kind das Erwachsenenalter erreicht hat, ab dem Zeitpunkt, ermahne es nicht mehr. Ermahne es nicht, dass es in die Kirche gehen und beten soll, denn das Gegenteil wird passieren. Das sagt die Praxis. So ist der Mechanismus. Überschreite nicht deine Kompetenz. Kinder wurden den Eltern von Gott gegeben für die Zeit der Erziehung bis zum Erreichen des Erwachsenenalters, damit sie den Plan Gottes erfüllen können. Die Zeit der Investition in die Kinder ist uns genau in dieser Zeit gegeben, bis sie das Erwachsenenalter erreicht haben. Und damit die Kinder den Plan Gottes in ihrer Familie in einem Orden oder einem Gott geweihten Leben erfüllen können, muss man sich dessen Bewusstsein und sich selbst vergessen und nicht den Kindern Vorwürfe machen, um Macht über sie zu haben. Es ist kein einfaches Thema und ihr hört es Mir ist bewusst, dass es jetzt eine gewisse Revolution in eurem Herzen hervorruft. Doch bin ich sicher, meine Lieben, dass ihr wisst, worum es geht. Klagen wir uns nicht gegenseitig an. Mein Vater war so und so und so. Du musst wissen, dass er dir das Beste gegeben hat, was er geben konnte. Vergib ihm und sage, im Namen Jesu vergebe ich meinem Vater. sich so oder so benommen hat. Liebe Mutter, lieber Vater, entschuldige dich bei deinem erwachsenen Kind, dass du die Grenzen seiner Freiheit überschritten hast. Ich entschuldige mich, dass ich in dein Leben interveniert habe, in das Leben deiner Familie und ich einen eigenen Plan für deine Familie hatte. Wie viele Ehen zerfallen, so viele Beziehungen gehen so kaputt, eben dadurch, dass man im Leben seiner erwachsenen Kinder herumtrampelt. Wie viel Unglück und Stress gibt es dadurch? Die Feiertage stehen an und die Kinder sagen nur, lieber Gott, lass diese Feiertage schnell vorbeigehen. Fahre dort nicht hin, auch nicht zu Weihnachten. Manchmal muss man sich komplett abkapseln und ihr könntet jetzt sagen, bei dem, was ihr hört, was redet dieser Fahrer da? Meine Lieben, es gibt Situationen, wo man den Kontakt komplett abbrechen muss, extreme Situationen, wo man einen Fachmann und einen guten Berater hinzuziehen muss. Wenn es die Situation im Haus gegeben hat, dass die Eltern die Kinder so unter Druck gesetzt haben, dass sie nicht im Stande sind, ihre Kinder loszulassen, dann bedarf es professioneller Hilfe im Prozess der Abnabelung, weil man selbst nicht im Stande ist, die Situation richtig einzuschätzen. Denn die Eltern kennen ihre Kinder und obwohl sie es nicht wollen, werden sie in den Kindern ein schlechtes Gewissen hervorrufen, damit es dauernd doch anruft, vorbeikommt, nach dem Motto, lass doch deine Frau und komm doch hierher und der Sohn, welcher seine Mutter mit ins Haus genommen hat, verbringt mehr Zeit mit seiner Mutter als mit seiner Ehefrau und die Ehefrau leidet und weint, weil er sich von Mama nicht abgenabelt hat und seine Mutter nicht imstande ist, ihn los in die Freiheit zu lassen und es entsteht großes Leid. Meine Lieben, das ist das Fundament und eines der größten Probleme in der Seelsorge. Ich mache diese Erfahrung während meiner seelsorgerischen Tätigkeit immer mehr und das ist wirklich ein sehr sehr wichtiges Thema, welches angegangen werden muss und mit der Hilfe Gottes gelöst werden kann. Schauen wir doch mal auf unsere Familien. Wer ist das Familien Oberhaupt? Wer ist das Familien Oberhaupt? Der Vater oder die Mutter? Oder ist der Mann unterm Patoffel und muss alles das tun, was die Frau ihm sagt? Die Frau dirigiert, du sollst es so und so machen. Und der Mann hat Stress, er hat keine Kraft, sich dem entgegen zu setzen, keine Kraft, imstande, weil er so ein Beispiel in seinem eigenen Elternhaus gesehen hat. Unverschuldet. Das sind die Konsequenzen des Krieges, die Konsequenzen der Verdrehung der Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau, die der Krieg zur Folge hatte. Haupt der Familie, der Vater. Bist du, lieber Vater, lieber Ehemann, das Haupt der Familie? Triffst du die Entscheidungen? Und du, liebe Ehefrau, hilfst du deinem Mann dabei mit deinem Rat? Gibst du es in seine Hände und hilfst ihm, indem du sagst, treffe du die Entscheidungen und ich helfe und berate dich dabei? Wenn du, lieber Ehemann, dazu nicht im Stande bist, dann musst du dich dieses Weges annehmen und musst anfangen, es zu lernen mit der Hilfe deiner Frau und wenn dies der Fall ist, bist weder du, liebe Ehefrau, in deiner Rolle glücklich, weil du spürst, dass es nicht deine Aufgabe ist und dich übersteigt, noch der Ehemann ist es und du, lieber Ehemann, spürst doch, dass du das Familien Oberhaupt sein solltest und die Entscheidungen treffen solltest. Du sollst die Entscheidungen treffen und die Familie schützen, welch unnötiger Stress und Anspannung ist es doch, Streitereien und vielleicht bist du, lieber Ehemann, auch so ein Ja, ist in Ordnung, gemütlich, warme Süppchen, Mittagessen, alles ist gut, ich mache, was die Frau mir sagt, warme Pantoffelchen, ich hab meine Ruhe, Fernseher läuft, du ziehst dich zurück und bist passiv. Doch das ist nicht der Sinn der Sache. Die Ehemann, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Das bedeutet nicht, dass die Frau nichts zu sagen hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau in der Wahrnehmung der Welt. Die Frau sieht breiter und mehr und der Mann eher fokussiert nach vorn gerichtet. Deshalb geht man den Weg der Familie gemeinsam, um gemeinsam die Kinder zu erziehen. In Einheit. Kompromisse, die man in der Ehe ständig eingehen muss, das ist ein Sich-Selbst-Sterben. Ich nehme mich zurück und höre, was mir mein Ehemann oder meine Ehefrau zu sagen hat. Ein Sich-Selbst-Sterben. Die Ehe ist kein Honig schlecken. Sie denkt sich, nach der Ehe muss er mich auf Händen tragen. Jeden Tag Frühstück ans Bettchen. Eine Prinzessin hat sich ihren Prinzen ausgemalt und wenn es dann nicht so ist, ist sie enttäuscht. Liebe und Ehe bedeuten Kreuztragen. Es ist ein Kreuzweg. Was redet dieser Pfarrer, da könntet ihr sagen? Liebe ist ein Geschenk. Lieben heißt Opfer bringen, sich verschenken. Es tut weh, doch das ist der wahre Weg zum Glück. Du denkst dir, dass dein versuche du die Sehnsüchte deines Mannes zu erfüllen. Sterbe dir selbst und du wirst glücklich werden und voller Leben sein. Jeder hat die Sehnsucht danach, der zur Ehe berufen ist und das ist der Weg. Man muss, was das angeht, sein Denken ändern, sonst wird es die Hölle und es kommt zum Rollentausch. Die Frau nimmt das Zepter und die Führung in kann, weil es ihm nicht möglich ist und er zu viel Stress hat und dann Alkohol. Er ist nie zu Hause, geht fremd, weil er Stress hat und wegläuft und es nicht aushalten kann, weil er weiß, dass etwas nicht richtig funktioniert. Wie viele Ehen gehen kaputt, weil das Überschreiten von Grenzen und das nicht in seiner Rolle sein dazu führt, dass der Hormonhaushalt durcheinander gerät. Stress entsteht und Dopamin und Serotonin sind blockiert und der Mensch sucht etwas, was ihm Freude bringt und kippt sich Pinnchen für Pinnchen dieses Serotonin rein. Drogen und andere Sachen und so weiter. Meine Lieben, man muss über diesen Mechanismus Bescheid wissen, damit wir den Ausweg nicht in dem suchen, was uns umbringt und uns von Gott trennt und unsere Familie zerstört. Deshalb bin ich sicher, dass diese Worte Frucht tragen werden und wisset, dass es nie zu spät ist. Läuft nicht vor diesem Thema davon. Seid euch bewusst, dass man jederzeit von vorn anfangen und ein neues Leben beginnen kann. Damit es euch gut geht, damit ihr wirklich so lebt, wie es Gott für euch möchte. Väter, liebt eure Kinder, liebt eure Töchter, lernt zu sagen, du bist wunderschön, du wirst es schaffen. Auch wenn es vielleicht mal schief gelaufen ist, ich glaube an dich, du wirst es schaffen. Sie werden sich dann wunderbar entwickeln und selbst und selbstsicher sein, weil sie die Liebe des Vaters erfahren haben, welche die Liebe Gottes ist. Seien wir dankbar und voller Hoffnung, dass er da ist und er imstande ist, alles das zu ändern, was ich allein nicht imstande bin, vollbringen, selbstverständlich mit meiner Hilfe. Amen.